da kommt nein nein nicht fallen oh man so jetzt wieder kein rohöl dabei gehabt ach du hast die ganzen waren dinger voll hilf über bord hier muss ich mal ein produktionsstopps reinhauen ach mein handy geht schon wieder ist ja zum mäuse melken hier gemüse 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 hier kommt produktionsstopp und ich gucke eben hier mal kurz aufs handy ist ja nur ein strategie spiel so mann 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 okay du bleibst hier die ich schnappe ich mir kurz so okay läuft schließen so wie viel bringt da in einen frachtraum rein so und hier sind die bestände voll oder ja ist schon klar aber jetzt dürfte es aber nur noch am fleisch liegen und jetzt drehe ich hier die fleischproduktion noch ein bisschen hoch so dass ich endlich mal den ganzen Scheiß hier wegkrieg und wenn ich hier in Burgern untergehe ist mir auch Wurst so und der Kunststoff der will einfach nicht das gibt's doch nicht so ich jetzt mache ich hier mal das Handy leise weil es uns dreht hier durch im Moment läuft es ganz gut so also wenn ich hier andauernd gestört werde und jetzt darf aber endlich mal ne und so es es rohöl mal weniger werden äh mehr werden deswegen gehe ich jetzt her und baue noch so ein Bohrding wo ist es denn wo ist es denn ne hier so die laufen auf 100% ist ja super so jetzt muss ich hier mal gucken 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 was so und drüben bin ich mit Reis voll oder dass ich mein Reis nicht mehr loskrieg ne doch nicht hm hier bin ich auch schon mit dem Scheiß Gewürzen voll oh Menno wie sieht's denn aus ja ausladen 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 voll so schließen aber jetzt dürfte mal hier das ganze Zeug weniger werden ja wie jetzt auch soll ich bald ein zweites Schiff einsetzen dass das auch alles so funktioniert und so so die Fleischerei läuft auf 100 die fast auf 100 hm hm so aber jetzt kriegt er endlich das Kunststoff hier äh ne so jetzt hat er 5 Öl kann hier munter produzieren hoffe ich mal endlich so jetzt guck ich hier hoch so spät 3 Stück nur bitte ne 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 Ich gehe den wieder aus der Pause raus. Dann werde ich endlich mal hier vorankommen, hoffe ich mal. 125.000 habe ich schon. Spiel gespeichert. So. Hm. Aber jetzt hier. Der Kunststoffbedarf ist ja nicht normal von euch, Leute. Ich drehe durch. Jetzt geht es trinken auch noch aus. Wie geht denn das? Ihr verarscht mich doch alle. Allesamt. So. Dann stelle ich halt denen noch ein bisschen was zum Saufen rein. Oh Mann. Ich bin irgendwie heute nur am rummeckern, weil irgendwas immer nicht hinhaut. Aber jetzt dürfte der Alk mal reichen, Leute. Ihr Seufer. Gibt es ja nicht. So, jetzt gebe ich hier Gas. Jetzt will ich nicht mehr. Hm. Ich glaube, die Betonproduktion dürfte ich auch bald mal einstellen. Nicht mehr normal hier. So, das wird weniger. Holz habe ich auch noch hier. Hm. Die müssen wir schon wieder Däumchen drehen. Juhu, zwölf Stück. Jetzt könnte es ja endlich mal funktionieren. Ich glaube, Sie sind ganz okay. Jetzt muss es endlich mal mit Lifestyle funktionieren. Das gibt es ja nicht. Äh. Na, da fährt er endlich die Produktion hoch. Jetzt habe ich drei Erdöl-Raffinerien, dass es endlich mal funktioniert. Der Chef war heute so freundlich zu mir. Entweder werde ich befördert oder gefeuert. Ja, wir wissen es. Ah, endlich. Es läuft. Wenn es läuft, dann läuft's. Hier, kriegt ein Baustopp noch. Der Chef war heute so freundlich zu mir. Entweder werde ich befördert oder gefeuert. So. Jetzt kriegt er ein bisschen Preisnachlass. Na, komm. Kämpf dich hoch. Das muss ja hier endlich mal funktionieren. Registriere die Mokraine. Ihre Aufgaben ist noch unerledigt. Ja. Containerschiffe. Und das für ein komischer Rohstoff. Stahl. Und wie stelle ich Stahl hier? Ah. So. Nein. Mach hier halt einen Offshore-Scheiße. Das nächste Kriegsschiff ist fertig. Zwei weitere im Bauch. Global Trust will von mir eine Kriegsflotte bekommen, die selbst Mr. Thorne beeindrucken wird. Nein. Komm, die Containerschiffe. So, du fährst hier hoch. So. Die Munitionsproduktion wird eingestellt. Wir haben hier 32. So. Dann holen wir uns die 32 Stahl von da oben. Schwachstellen. Menschen haben Schwachstellen. Und ich kenne jetzt ihre. Amt Drohnen bereit machen. Oh, oh. Nein. Ich will jetzt nicht, dass er angreift. Wer bist denn du jetzt? Bist du Farbe? Eine Erkundungsmission. Nein. Man muss das Schlachtfeld kennen, um zu siegen. Was gibt es? Nicht viel. Aus Brennelementefabrik. Aha. Sprengstofffabrik. Das wird lustig. Warndepot. So. Was zum Teufel? Ein Angriff? Aber da ist nichts auf dem Radar. An alle Einheiten. Wir haben Feindkontakt. Lokalisieren Sie endlich den Gegner. Verdammt! So. Bekonstruiere Kampfhergang. Ermittle Parameter für das Versagen von Mr. Strindberg. Ursache. Fehlende Verteidigung. Weiterführende Information verfügbar. Hm. Fehlende Verteidigung. Dann wollen wir dem nicht zum Opfer fallen. und da mal nachhelfen. Hm. Braucht es eigentlich nicht. Jetzt muss ich hier Bauzellen wieder organisieren. Die produziere ich auch noch. So. Habe ich schon wieder Stahl? Ja. Nehmen wir gleich mit. Schiff ist voll. Achso. Ja, dann komm. Fahr wieder runter. Dann haben wir ja das gleich. Wie viel Stahl haben wir hier schon? Ah, sieben. So. Containerschiff. Immer noch so viel. Jetzt darf die Stahlproduktion mal in Schwung kommen hier. Kann sich ja sonst keiner ansehen. So. Was bräuchte er denn? Nahrung. Warte. Gourmetmenü. Getränke. Champagner. Na, du bist aber eingebildet, Junge. So. So, die gebe ich auch noch mal kurz. Aber dann immer für's erste Ruhe hier. So. Kann ich jetzt endlich? Nein, kann ich immer noch nicht. Nein, kann ich immer noch nicht. Vielen Dank.